liebe gesundheitsinteressierte wir sind sandra und hannes baptist und freuen uns dass wir bei der harter gesundheitsmesse am 16 november vertreten sein dürfen seit vielen jahren beschäftigen wir uns mit dem thema zwischenmenschliche kommunikation als mediatoren haben wir oft mit generationenkonflikten zu tun und erleben immer wieder wie belastend diese konflikte für alle beteiligten sind generationenkonflikte haben viele ursachen manche davon sind uns bewusst viele mehr aber nicht wir reagieren also meist im autopilot modus dies führt dann immer wieder zu unreflektierten aktionen und reaktionen wäre es nicht schön sich dieser vorgänge im klaren zu sein und ruhig und überlegt handeln zu können in unserem interaktiven workshop werden wir ihnen einfache methoden zur konfliktvermeidung und lösung vorstellen wir werden sie einladen die eine oder andere methode auch gleich selbst auszuprobieren wir freuen uns auf ihren besuch bei unserem workshop generationenkonflikte vermeiden und lösen im rahmen der gesundheitsmesse hart und darauf sie persönlich kennenzulernen und mit ihnen ins gespräch zu kommen bis bald und und Bis zum nächsten Mal.